Gut gemacht, die Figuren. Sehr gut gemacht. Das sieht anstrengend aus, Joggy. Das sieht anstrengend aus, Joggy. Das sieht anstrengend aus, Joggy. Beautiful day. T-t-t-t. Nordwest-Vailor. Vailor. 1992. 22. Aha. Hey. Ähm. 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 Spiele, Schauspielern, Lügen. Ne, komm. Ja, wenn du dich. Einmal öffnest. Ja, klar. Der Zettel liegt am Boden. Na, super. Was ist er dann doch hier? Äh, pff, ne. Blank wie immer. Ich hab nur Pott. Hey. Maybe I can MacGyver or something up. I've been told I'm pretty handy. Oh, yeah? Let's see what you got. Hm. Okay. Gucken wir mal. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Naja, natürlich willst du das für sie ans laufen kriegen. Aber was möchte denn Mikey von uns? Tut mir leid wegen Drew? Nicht deine Schuld. Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch. Nur die meiste Zeit. Vergiss es. Ja, Chloe. Du kackst aber auch jeden sofort direkt an, ne? Oh, wir haben eine neue Seite. Max, haben wir je zwei Wahrheiten und eine Lüge gespielt? Du würdest dabei versagen. Wir hätten es zwei Wahrheiten und... Oh mein Gott, kann ich es zurücknehmen? Tut mir leid, dass ich gelogen habe. Die Schuld erdrückt mich, genannt. Zwei Wahrheiten und eine Lüge sollte in der Schule unterrichtet werden. Kommt mir vor, als habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass Rachel beidhändig ist. Und Löwe. Und dass sie aus Kalifornien ist. Ich habe auch gelernt, dass ich noch viel übers Lügen lernen muss. Ich war ein offenes Buch für Rachel. Sie hat meine erfundene Katzenallergie als Unsinn erkannt. Im Prinzip ist sie ein menschlicher Lügendetektor. Habe ich erwähnt, dass wir in einem Zug waren? Das war echt cool. Einfach nur da sitzen und die Welt vorbeifliegen sehen. Dann sind wir rausgesprungen und in einem abgefahrenen Park im Norden der Stadt gelandet. Kein Ding. Captain Chloe Blaubart, Geißel von Arcadia Bay. Scorch of Arcadia Bay. Ja. Ach, weißt du Max? Rachel. Und Rachel. Und Rachel. Und Rachel. Und übrigens Rachel. Und Rachel. Und Rachel. Ach, Chloe. Es wird warm im Magen, ne? Das brennt im Bauch, oder? Habe ich so das Gefühl, Kleines? Hm? Oh, Rachel Amber. Aber die Figuren sind echt gut gemacht. Richtig gut. Oh, Rachel sieht richtig, äh. Jo. So. Ans Laufen kriegen. Ans Laufen. Stehst du da wie Cowboy? Rachel. Na du? Dwight Mueller hat es wirklich mit dieser Statue eines Explorers. Wo sind alle meine Explorers-Ladies? Ja genau. Hm. Spitting out. Spitting out. Oh, wir können die Statue beschmieren. Hast du das, wie historische Axtmörderer sich für ihre nächste Vergnügen suchen? Historische Axtmörder. Axtmörder. Ja. Okay. Ja, gut. Der ist nicht so. Okay, also. Ähm. Hm. Hm. Es sieht aus, dass ich es mit dem richtigen Werkzeug öffnen kann. Hm. Ich bin da nicht nur mit meinen Fingern. Vielleicht hat Rachel etwas, die ich benutze. Hm. Hm. Bestimmt. Rachel? Hey, komm her. Äh. Ich dachte mir, dass du den Blick öffnest. Hast du einen Knopf auf dich? Einen Knopf? Ja. Meine Mutter hat meinen. Äh. Nein. Wie geht es mit einem... ...Nagelfeile? Mhm. 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 Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich das Imperiosen-System fickt euch liest? Was? Ernsthaft? Ich habe dafür Erbe bekommen, du Flur-Sauerstoff-Telur-Selen. Du hast mich gerade eine Fotese genannt. Hä? T-L-O-S-T-E und Selen-S-E. Wirklich, du bist so tot. Bist. Ja. Victoria, gern geschehen. Willkommen im Club. So, hier, aufrechen. Dammit. Dammit. Das sieht immer so leicht aus, in den Filmen. Ich wundere, ob ich etwas sturdierer zu finden kann. Sturdier, sturdierer zu benutzen. Oh, Alter. Wo könnten wir denn gucken? Gucken, gucken, nichts gesehen. Nee, da können wir nicht langen. Parkbank? Hinsetzen. Hinsetzen. Dafür habe ich keine Zeit. Initialen. Oh, Initialen einritzen. Yuck. Klischee much, AW and BW? CP and RA? Hm? Nein, kein CP? CP? Oh, eine Reifenschaukel. Wenn Max hier wäre, würde sie wahrscheinlich eine schwarze und weiße Fotografie nehmen und es nennen. Innozität verloren. Oder ein paar Scheiße. Ich denke, Natur hat es nicht. Vielleicht ist ja was in den Mülleimer. Gut. Und schon kommen die Vögel nach. Ernsthaft? Ey, ich muss doch an den Mülleimer. Vögel. Geht weg. Fly, you fools. Ernsthaft? Jetzt kommen die Eichhörnchen wieder. Okay, die Mülltonne ist nix für mich. Oh. Ich wundere, ob ich das nutzen könnte, um die Karte rauszukommen. In Ehren von Martin Louis Prescott. Weg damit. Das wird sowas von abgeschraubt. Du könntest Rachels Nagelfeile auch wieder mitnehmen, oder? Nicht? Steph, was kann ich für dich tun? Hey, aufgepasst. Wells ist auf dem Kriegsfahrt. Oh nein. Ernsthaft? Ich versuche nur zu helfen. Ja klar, du hast mich heute Morgen umgebracht. Dafür ist der Meister zuständig, Mann. Und danke, dass du mit uns gespielt hast. Mikey hatte richtig Spaß. Er ist cool. Er ist seit einer Weile etwas depri, weiß nicht warum, aber das Spiel mit dir hat ihm gut getan. Sein Dad hat den Job verloren, Steph. Sein Dad hat den Job verloren. Oh, hier haben wir den da. Warte, ist das gleiche AW als vorher? Ich sehe nicht, dass ich mich nicht beinahe, nicht beinahe ich, nicht beinahe ich. Ja super. Ich habe mich immer wieder aufschraubt, um die Karte rauszukommen. Ich meine, es war wirklich dumm, um die Karte in der Karte zu schraubt. Du hast mich seit drei Stunden mit mir gefangen. Oh. Hallo Leute. Wieso kann ich mit euch reden? Oh, Wein. Das stimmt. Hey, ein paar Veränderungen? Sorry, wir haben vielleicht ein paar leftenlosen Essen und sind fertig. Was? Nein, ich bin nicht... Was für ein Essen? Dieses Ort ist wirklich auf die Hölle. Shh, sie ist gerade da. Wow, das ist ein Schuss. Yep, es ist offiziell. Ich lerne viel mehr über die Schule, als ich in der Klasse mache. Der Raven ist zu be respektiert, nie zu vertraut. Des Salish-Stammes. Der Rabe steht für Verwandlung. Sein Grinsen versteckt seinen schelmischen Charakter. Der Rabe erscheint in vielen uralten Geschichten der Salish und anderer Stämme. Manche sagen, der Rabe half bei der Erschaffung des ersten Menschen. Der Rabe verdient Respekt, aber Vertrauen sollte man ihm nicht. Hier sind verdammt viele Raben unterwegs, ne? So, Rachel, hier, pass auf. Die wollten mir kein Kleingeld geben, aber ich hab da was. Ich hab da was für dich, Sweetie. Hi, Schnuff. Wow, das ist ein altes Baum. Wait, das ist ein altes Baum. Wow, das ist alt. So, aufbrechen. Hämme die Kohlen. Respekt, Power, aktiviert. Na, also, geht doch. Tadaa. Hi. Game over. Ich will ja nicht angeben. Game over. Nein. Ich will ja nicht aufbrechen. Also, ich werde dir das machen. Chloe Price. Du bist wirklich die Viewfinder-Whesperer. Ich bin in all of your powers. Oh nein. Oh Gott, du bist peinlich. Okay. Okay. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. Hmm. Hmm. What's going on with these two? And the Lord saideth, thou shalt make a birth offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further, 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 wow, that was dark, too dark, perfect dark. Okay, gut. Puh, Glück gehabt, nochmal gerettet. Loving this guy. What's he thinking right now? I hope bees don't mistake my shorts for begonia. I've been pollinated twice this week already. What's he doing? Haha, that's sweet. Sweet Beanie. What do you suppose she's thinking? Hmm. Was liegt sie mit dem Laptop? Das liegt sie auch mit dem Laptop. Das ist lustig. Wer ist nächstes? Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Jackpot! Commence make-out session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Wait, you're a prostitute? But I'm a prostitute. Now who gets paid? Rachel? Oh, oh. Hey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. What are we doing? Excuse me? Okay. 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 Ich bin noch verkatert. Okay. Das Spiel ist aber abrupt vorbei, ne? Da war irgendwas. Die beiden da, die da geknutscht haben. Da war irgendwas. Da war irgendwas. Oh, die ist pissig. Die ist richtig pissig. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bringe Alkohol in einem öffentlichen Park, wenn du es nicht bereit bist, um es mit allen zu sharen. Okay? Und... Fuck it. Ich will nur etwas nehmen, das nicht meine ist. Okay? Ich gehe in. Ich versuche es. Ich versuche es zu halten. Ich versuche es zu halten. Unter der Oberfläche. Die ist nicht ohne. Ähm. Können wir dir helfen? Ah. 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 Oh mein Gott. Nein. Was tun wir? Wir müssen uns die ... Oh. Shit. Nein. Ah. 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 Um, 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 um. We'll keep watch while you go. Oh, shit! Tha-that sounds like rabies to me. Rabies? Yep, definitely rabies. Better pay close attention to make sure she doesn't try to bite you. Okay, okay. You can do this. I can't do it. Pathetic. Look, look, he's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. Hey, look at me. Do you want to be locked out of the car of life forever? Or are you ready to break in there and seize the keys to your potential? Oh, my God. You're right. Cool, cool verwendet. Ja, nice. So. Und, ab geht's. Abhauen. Hey, wow! I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart. Thank you. Yeah, good work everyone. Peace out. Peace out. That was incredible. You're a hero. Huh. I guess I am. Ja, gut. Tag gerettet, ne? Oh, Mädel. Ruhig. Here. You earned this. Thanks. Hehehe. Äh. I could use a drink after trying to keep up with you. Ähm. Rachel. Hallo. I. I'm excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Hm. Okay, Rachel ist echt mies drauf. Irgendwas ist gerade los. Und, äh. Es hat irgendwas mit den beiden Leuten da zu tun. Ich hab da so einen ganz miesen Verdacht. Aber warten wir mal ab. Vielleicht kommt's ja noch. Ganz miesen Verdacht hab ich da. Ja. Oh, schön. Oh, schöne Natur wieder. Hm. 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 Woah. Hey. Check this out. What? Oh, der Schrottplatz. Hm. It's a pile of trash. Uh. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You... Have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Hm. Ja, was ist los, Rage? Sie zur Rede stellen sie in Ruhe lassen. Ja, sie will ja augenscheinlich nicht reden gerade, ne? Am besten ist, wir lassen sie in Ruhe, oder? Oder sind wir gerade ein bisschen pissig? Naja, Chloe ist grad nicht... Nee. Ach, komm. Wenn wir uns nicht ruhig verhalten, vielleicht kommt sie ja von selbst. Oh. Hm hhm. Doop-de-doop. Hallo. Da bin ich. Chloe, ich würde wirklich lieber noch ein Raum haben. Ähm. Ha ha ha, für alles. Okay. In eigentlich... Nein! Naja gut, wenn man mal alleine sein will, kann man ja verstehen, ne? Aber so völlig ohne Grund. Ich versteh's nicht. Ja, Chloe lässt sich auch nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen, ne? Rachel hin oder her. Ich versteh's nicht, du kannst mich nur aufhören. Du kannst mich nur aufhören aufhören. Entschuldigung, aufhören Sie aufhören? Ich glaube, ich habe vergessen. Es ist immer so, wie du fühlst, nicht wahr? Schade Chloe ist schade, wieder schade. Vielleicht sollte man versuchen, zu schade über andere Menschen zuerst. Ob das denn eine gute Idee ist? Rachel den Schläger geben, Rachel eine Show bieten. Ach komm, wir versuchen mal sie aufzumuntern. Was war denn das für ein Schlag? Geht doch. Oh, da war der Stich. Weil, weil... Ich will das nicht, wie ich alles in meinem Leben verhören will. Und was ist das genau? Äh... Ich... Chloe ist dabei, sich in dich zu verlieben. Äh... Ich meine... Fuck! Are you actually going to make me say it? Say what, exactly? You know, like... A friendship! But... More. Ah... Ich weiß... Weird, right? Ich... Es ist einfach... Ich... Es ist einfach... Heute war der beste Tag, ich habe seit... Mein Vater sterben. Und wenn ich es knappe verletzt habe, jetzt einfach verletzt habe. Die Art ich verletzt habe, alles verletzt habe, es hat mich verletzt... Nein. Ich weiß, dass es nicht fair ist. Aber es ist wie es ist. Tschüss.